Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs rasieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Rasiert. Rasierte. Hat rasiert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich rasiere. Du rasierst. Er rasiert. Wir rasieren. Ihr rasiert. Sie rasieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich rasierte. Du rasiertest. Er rasierte. Wir rasierten. Ihr rasiertet. Sie rasierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe rasiert. Du hast rasiert. Du hast rasiert. Du hast rasiert. Er hat rasiert. Wir haben rasiert. Ihr habt rasiert. Sie haben rasiert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich rasiere. Du rasierest. Er rasiere. Wir rasieren. Ihr rasieren. Ihr rasiert. Sie rasieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich rasierte. Du rasiertest. Er rasierte. Wir rasierten. Wir rasierten. Ihr rasiertet. Sie rasierten. Den Schluss macht der Imperativ. Rasiere du. Rasieren wir. Rasiert ihr. Rasieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb rasieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Sehen Sie niemals accomplishments. 25 25 75 50 50 Untertitelung des ZDF, 2020